Was soll denn das sein? Kann ich denn die... wo sehe ich denn das? Das wäre doch geil mal irgendwie, wenn mir das sofort mal angezeigt wird. Mit irgendeinem Ausrufezeichen oder sowas, ne? Wo jetzt das neue Teil ist? Und wofür überhaupt? Mann. Leute, wo ist denn das Dingens? Gerichtetes Ejektionsfeld. Nee, das ist kacke. Hab ich doch gar nichts hier. Konische Streuung, Mann. Das ist doch irgendwas. Okay, also ich guck mal hier meine Inventar rein. Was macht denn der Sucher-Bot? Ich schicke ihn einfach mal los. Es war keine Ahnung, ob das Sinn macht. Auch wieder so ein Ding. So ein Punkt. Wann macht es überhaupt Sinn, den Sucher-Bot loszuschicken? Ja, ich meine... Woher soll ich das wissen? Ich meine, es gibt ja hier Haufen Hinweise immer, wo ich langen muss durch die Wegmarkierung. Aber sowas, Leute... Ich meine... Da wäre echt mal ein Hinweis nicht schlecht. Bei solchen Sachen. Was ist denn... Wo ist denn die konische Streuung da? Was soll denn das sein? Keine Ahnung. Ähm, Mann. Oder wenn ich jetzt hier eine neue Waffe herstelle. Nee. Boah, Leute. Also es wird hier nirgendwo aufgelistet. Diese Teil da. Na, ich guck jetzt mal weiter, weil es da... Leute behindert. Chronische Streuung, Alter. Was soll das sein? Zugang. Ja, wo geht's denn hier hin? Ja, was soll... Händen? Ich seh dich. Schätze, du hast clever genug, es durch meine Sperre zu schaffen. Aber bevor du dir selbst auf die Schulter klopfst, solltest du wissen, dass das der leichte Teil war. Dein Tag wird noch um einen, ist schlimmer. AdWords, du krankes Stück Scheiße. Was willst du von mir? Der erinnert mich jetzt gerade an den verrückten, äh, Typen aus Event Horizon hier, äh, den verrückten, äh, was war das, Professor oder Arzt, der dann auch lang so ein bisschen durchgedreht ist und dann die ganzen Crew-Mitglieder umgebracht hat. Oh Mann. So, ähm, hier war's, ja, mhm, AdWords-Finn. Diese Nachrichten von AdWords, ich muss davon ausgehen, dass es Aufzeichnungen sind. Aber was, wenn nicht? Aber was, wenn nicht? Ach so. Könnte nach all den Jahren wirklich jemand in diesen Schiffen überlebt haben? Wer dieser AdWords auch ist, der scheint etwas zu verbergen. Ja, mal ehrlich, der hier so ein paar Necromorphs gefuttert. Ah, ihr Kleinschwein, was macht denn hier da oben? Ähm, mal gucken. Alter! Oh, fuck. Ey, ich hab gerade die Übersicht vom Wohnen, da ist die Tür weg. Wo bin ich denn? Hier. Alter, das hier ist eine Reihe. Kacke, Mann. Wow. So, mal schauen, was hab ich denn noch an? Ah, es geht noch. Hältst du mal in Grenzen? Hm. War nicht viel. Ich glaub, da könntest du so eine Streuter ganz gut brauchen. Aber, Alter, wie kann ich denn das anwählen? Ich hab's doch aufgenommen, oder nicht? Hab ich mich da getäuscht? So optisch. Hm. Ja, was weiß ich. Denn es ist halt weg. Der malt ja irgendwelche komischen Tierköpfe an die man... und so'n Satanisten-Typ, oder sowas? Who knows? Human Remains? Macht er sich ja an den Leichenteilen zu schaffen? So'n kleiner Hannibal Lecter, oder was? Krackelschrift an der Wand? In... Alle infizierten Soldaten, sie sollten hier sicher auch bewahrt werden. Vielleicht denkst du, du jagst mir ne Kugel in den Schädel. Aber ich habe hier ein Armee wie das Gegenteil behauptet. Nach mehr an... an... Okay, was ist das? Vielleicht nur... Ja, so'ne Stase-Dingend-Bumms da. Aber gut. War jetzt sinnlos. Egal. Was? Beware. Trespassers will be blown to bits. Ja, wodurch irgendwelche Sprengfallen, oder was? Da geht's hoch. Und hier geht's aber auch hoch. Oh mein Gott. Wo ist unser abgefuckter Edwards-Freak? Edwards. Wo bist du, kleines Stück Scheiße? Noch so'n Stase-Teil. Nice. Edwards, du. Was da? Bist du? Hier? Edwards. Oh. Erstmal draufschießen. So. Da geht's weiter. Kommunikation... Oh. Kommunikationsraum. Vielleicht brauche ich die für nachher noch. Die Teile. Wenn hier irgendwas passiert. Mal gucken. Und jetzt wird's richtig lustig. Computer, Sprengstoff scharf machen. Und... Zünden. Ach, komm. Achtung. Kontamination registriert. Quarantäne-Abregelung aktiviert. Also ich hole mal ab, hier will ich es an. Ich sehe hier was von der Quarantäne-Abregelung. Alles okay bei Ihnen? Nichts ist okay. Ich bin eingesperrt. An einer der Wände muss eine Überliebung sein. Okay. Ich sehe mich dann nach oben, sobald ich es nicht mehr angehen werde. Scheiße, Alter. Oh, Mann. So, hier kleinen Scheißer. Da kann ich mal ein bisschen rumschlagen. Ich will mich nicht so für Munition verschwemmen. Ja, komm. Alter, wie viele spawnen denn hier noch? Ich hoffe, dass es nicht so ein Endlos-Spawn und ich muss jetzt irgendwas verrücken oder schimpeln. Ach hier, noch so viel. Naja, hier. Ja, super. Super, die. Komm mal her. No, 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 no. Alter, wie viele sind denn das? Komm mal her. Ja. Fuck, 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 Alter. Ja. Alter, noch so eine Säure-Freak. Leute. Boah, nee, oder? Geht das? Kann ich das schaffen, wenn ich hier alle kille hier? Oder muss ich irgendwas drücken? Mann, wie heftig. Nicht, dass ich endlos Gegner willen kommen, ey. Mann. Was ist das für eine coole Mucker? Aktiviert. Oh. Wer hast du auch? Ich gehe hier ab von der Quarantäne-Agriegelung. Alles okay bei Ihnen? Ich bin eingesperrt. An einer der Wände muss eine Überbrückung. Ach so. Okay. Ich sehe mich da nach oben, so weit nicht mehr angegriffen werde. Ja, okay, das habe ich ganz vergessen, ne? Überbrückung. Was ist denn Überbrückung? Wo denn hier? Hier? Oder was? Oder wo? Oder wann? Alter. Boah. Oder was ist denn die Scheiße überbrückung hier? Alter Kopf, ist die. Mann. Leute, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Also ich spame mir übrigens den E-Button und irgendwo, wo sollen wir diese Scheiße Überbrückung sein? Wo denn, Leute? Was ist denn die Scheiße überbrückung hier? Was ist denn die Scheiße überbrückung hier? Kontamination registriert und Quarantäenabregelung aktiviert. Alter ey. Also ein Hinweis, das war echt geil hier. Mann, ey, sowas hasse ich dermaßen, ey. Was kein Hinweis, nur die Scheiße. Wegmarkierung, ah ne. Folge ist eh vorbei. Scheiße. Und ich denke mal, ich werde dann mal in Folge, in der nächsten Folge, in Folge 10, ja, kotzt dich ruhig aus, Kumpel. Scheiße, Mann, Mann. Nach dieser komischen Überbrückung suchen, Leute, ich bin erstmal raus, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in Folge 10, bei Play Old School Let's Play 3, mach's gut.